Guten Tag. Guten Tag. Zwei Bier. Nein, für mich eine Brause, bitte. Nein, für Sie eine Brause, bitte. Ein Bier, eine Brause. Was wäre, wenn Wilshagen nun Westdeutsch war? Wegnehmen kann man uns den Boden doch nicht. Wieso kann man? Weil unsere Häuser draufstehen. Und das sind unsere Häuser. Hier, Herr Christian. Ich kann doch nichts dafür. Wenn mein Vater es will. Und wenn er sagt, spring ins Wasser, dann tust du es auch. Wir wollen es miteinander versuchen. Nicht? Ja. Wir wollen Anstoßen aufreinern. Auf meinen Eintritt in die landwirtschaftliche Produktions-LPG. Auf deinen Eintritt in die landwirtschaftliche Produktions-LPG. Auf Ungarn-Eintritt in die landwirtschaftliche Produktions-LPG. Ich meine, wir tun nur so, als ob wir uns einig wären. Abgeblasen. Wird gemacht, wenn du in der LPG bist. Zerbrüche dir nicht den Korb. Lass mich zufrieden. Oh Gott, noch mal jetzt. Habe ich aber noch. Ruhe! Redig. Mai, Christian. Mielsch ist Annemarie? Das glaubst du doch selber nicht. Der guckt dich doch gar nicht an. Diese Konsumzicke. Konsumzicke. Und alles muss wieder so werden, wie es war. Zu dienen. Von uns beiden? Ist doch nichts mit uns beiden. Na, na, da ist schon was. Oder ist das vielleicht etwa nichts? Kein Verhältnis. Du, du, du Casanova! Viele Köche verderben den Brei. Alles muss wieder so werden, wie es war. Haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Wie es war? Ja, wie zur Zeit der Herrschaft. Bist du bloß, wie ein dummes Luder! Hier. Also ist es das hier? Ja, ja, will sagen. Und gibt's noch mehr solcher Punkte? Eine ganze Menge. Von Ost nach West, von West nach Ost. Ja, und Gerüchte gibt's da. Wenn man was erfährt. Dann gibt's einen Riesenkrach. So, dann können wir endlich mit unserem Film anfangen. Wie soll er denn eigentlich heißen? Da hätte ich eine Idee. Was lehre, wenn?